Die Rückkehr des Kolonialismus Nach den NATO-Aggressien gegen Libyen begann das Rennen, unser Land zu plündern und zu plündern und seinen Reichtum zu stehlen. Der internationale Angreifer hatte sich erneut gegen uns gewandt. Sie wollten den Willen unserer Bürger an sich reißen, in Frieden mit der internationalen Gemeinschaft zu leben. Wie in ihrem alten Spielbuch des Kolonialismus hatte die zweite Wiederholung begonnen, Stamm gegen Stamm zu wenden und Marionette gegen Marionette zu finanzieren, um den kolonialen Stellvertreterkrieg zu verlängern. Das internationale Kartell versuchte, die beiden Marionetten Khalifa Haftar und Fayez Alserei gegen den Willen des Bürgers zu legitimieren, den modernen Kolonialismus, seine Truppen und seine Söldner zu verlängern.